Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und gleichzeitig einem Klassiker, Dead Space. Ich werde gleich ein neues Spiel starten, denn ich habe schon mal angespielt. Ähm, ich bin noch neu in der Dead Space-Reihe, ein bisschen. Ich glaube, ich werde es auf einfach spielen. Ich hoffe, das stört nicht. Ja. Es lädt und lädt und lädt. Bam bam lädt. Na? Na? Ja, es lädt ein bisschen, aber ich glaube, ich sollte jetzt schon mal meine Klappe halten. Ja. 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 Ja, ja. Ich bin es. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit dir an jemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was ihr vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Nein. Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft des Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Iges 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium und wo ist sie jetzt? Ada, wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel, man sieht nicht ein einziges Licht? Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Callion in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei tausend Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Andock-Manöver eingeleitet. Mit der Verflucht der Scheiße. Sir, die Andock- Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben in die Hülle. Fahren Sie die Schäde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Ich mag nicht. Sind Sie irre? So kurz abbrechen. Nein! Wir können es reinschaffen. Kopple, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark. Sind alle okay? Was? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Port Booster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Ricks mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Und wir haben noch einen Job zu erledigen. Mann, sehen wir gut aus. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie da rüber und hacken Sie die Türsteuerung. Eeeh. Cool. Geil. Mehr habe ich hier noch nicht gefunden. Sieht aus, als wären Sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte. Ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele. Ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Alles klar, alles klar. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computer-Display online. B, M, und J. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Was? Was? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Kette-System wieder angesprochen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das Geld? Ich bin mir nicht sicher. Scheiße, irgendwas ist hier mitten uns im Raum. What the fuck? Was ist ja noch? Was ist ja noch? Wie ist ja noch? Was sind Sie weg? Boah ey Das war jetzt Hardcore Küsst dich du Wichser Ich gehabt Ich gehabt Alter Mal krasser Shit ey So mir ist jetzt gerade kurz keiner da labert Dieses Spiel habe ich mir runtergeladen bei Origin Weil es zur Zeit kostenlos zu Also kostenlos erhältlich ist Bis 8. Mai Wenn ich richtig gelesen habe Also so So wie sie mir an Ertum halt nachladen Und halt all sowas Leertaste Oder halt Bäm Das heißt wir machen mal so Ich glaube wenn wir das so machen Halt's mal Alter Maul Du scheiß Vieh Was geht übrigens mit der Leertaste Äh ja 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 Okay Ich spreche Benson Alle mal hier hören Sie benutzen die Luftung So bewegen Sie sich durch das Schiff Bleib weg von den Achtung Zurück Zurück Aaaaaaah Okay Aaaaaaah Ja Isaac Isaac Ja Isaac! Will ich Sie hier rausbringen? Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist! Alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin! Nein, wir nicht. Aber Sie! Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Fairer Deal. Ja! Mehr gibt's hier nicht. Und übrigens, da drücken wir jetzt mal B, wir müssen da hinten dann rum. Und hier setzen wir unseren Speicherpunkt. Ja, ich war in den anderen schon in Kapiteln. Teil 2. Jo! So. Muss ich überhaupt wie lang? Nee, ich muss da rüber, aber... Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf Ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie! Habe ich das nicht? Bam, bam, bam! Seien Sie vorsichtig, Isaac! Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen! Ziehen Sie auf die Gliedmaßen! Zerstückeln Sie sie! Das sollte funktionieren! Wenn Sie gegen die Maschine abschneiden, schlagen Sie die Monorail-Technik unterfragen zusätzlichen Schaden. Hm. War da was? Ihr Geld ist Geld! Geil! Geil! Geil, Oma! Okay... Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stagemodul, das du gerade aufgehoben hast. Äh... Ich war jetzt ein bisschen... ...neben der Spur. Oh! Finde ich aber schön. Gleich nochmal speichern. Jum! Wir müssen jetzt lang, da hinten. Ich würde gerne nach vorne machen. Hier hin. Geil! Sein Stagemodul solltet ihr bei dem Arm-Mechanismus helfen. Geil! 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 Okay, der Wagon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwanzig vorgeschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stase-Modul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Sieben kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. So. Defecta Monorail-Wagon wird ersetzt. Bitte warten. Alter, das ist laut. Isaac, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Wagonersetzung abgeschlossen. Hier doch. Was? Ich kann nur im Stehen nachladen? Was ist denn das für eine Gülle? Komme ich nicht rein. Jetzt muss ich bestimmt hier runter. Jo. Pass mich mal hier durch. Danke. So, meine Stasi wieder aufgeladen. Okay, stimmt. Oder ich bin einfach nur verrückt. Ich glaube, ich bin einfach nur verrückt. Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Okay. Ah, hier können wir aber mal speichern wieder. Ich habe jetzt irgendwo hingedrückt. Ist ja nicht schlimm. Ich bin einfach nur da drin. Ich bin einfach nur da drin. Vielen Dank.